Fantasy wollte bei diesem Set hoch hinaus, ist aber irgendwie mit dem Fahrstuhl auf der Hälfte stecken geblieben. Wieso, weshalb, warum, erfahrt ihr in diesem Review. Wieso, weshalb, warum. Ahoi liebe Klemmerstein-Fans, ich habe euch heute diesen wunderschönen Uhrenturm mitgebracht, mit ein bisschen Szenerie drumherum. Das ist die 85008 der Steampunk Clock Tower Park von der wunderbaren Firma Pantasy. 2460 Teile stark, UVP liegt bei 112 Euro aktuell. Ihr bekommt den öfter mal für unter 100 Euro im Angebot. Es ist das zweite Set aus der Steampunk Serie von Pantasy und es ist das Set, bei dem ich persönlich am meisten die vertane Chance bedauere. Ja, das zweite Steampunk Set von Pantasy und schon wieder habe ich nichts anderes zu tun, als es eigentlich großartig zu bemängeln. Okay, es tut mir leid, ich hätte das ganz gerne auch ein bisschen anders gehabt an der Stelle. Deswegen fangen wir erstmal mit den Allgemeinheiten an. Bleiben ein paar Teilchen über. Ihr seht das hier, es gibt einen Teile-Trenner, ein paar Pins und ein paar kleine Unwichtigkeiten bleiben über. Es gibt auch hier eine wunderschöne, leimgebundene, mit Gummiumschlag versehene, ziemlich einfache und verständliche Bauanleitung. Dieses wunderschöne Set wird an 16 Bauabschnitte unterteilt. Das heißt, bei irgendwas bei 2500 Teilen rum habt ihr eine relativ überschaubare Teilenanzahl auf dem Bautisch. Ich könnte jetzt natürlich sagen, dieses Set eignet sich dafür für einen entspannten Bau und ich würde eher sagen, nö. Und das liegt an einem Punkt und das ist der große Hinkefuß dieses Sets. Und wirklich, es ist der einzige Hinkefuß dieses Sets. Ich sage das öfter mal, dann zähle ich noch sechs weitere Hinkefüße auf, aber in diesem Fall ist es tatsächlich der Fall. Dieses Set hat ein Uhrwerk, das über einen Pullback-Motor aufgezogen werden soll. Das mit dem Aufziehen klappt auch, weil der Pullback-Motor ist ein geschlossenes Element. Das Uhrwerk an und für sich, ja, dessen Freigängigkeit ist ein Problem. Und warum das ein Problem ist, das liegt unter anderem daran, wie dieses Set aufgebaut ist. Ihr seht schon, der Turm ist groß. Man könnte jetzt hier und da einen kleinen Peniswitz einstreuen. Ich erspare euch das mal. Ihr könnt euch an ein paar denken. Es gibt da auf jeden Fall einige. Und Pantasy dachte sich bei diesem Turm, in dieser Größe, dass man natürlich eher nicht so die Lust hat als Gelegenheitsbauer oder als jemand, der entspannt bauen möchte, dass man diesen Turm halt am Stück hoch baut. Deswegen hat Pantasy diesen Turm in Elemente unterteilt. Das ist an und für sich eine wunderschöne Idee und das würde ein wunderschönes Modular-Türmchen ergeben. Leider hat man sich im gleichen Atemzug gedacht, so, ach, wisst ihr was? Es gibt Leute da draußen, die mögen Systemsteine mit Technikelementen. Oder beziehungsweise die mögen eine Systemsteinfassade mit Technik in der Reit. Das ist ein Markt, den bedienen wir gerne. Und deswegen gehen wir dazu über und bauen hier ein Uhrwerk ein. Und, ihr kennt ja meine Theorie, da die einzige Fabrik Chinas, die Pullback-Motoren baut, immer noch auf Volllast läuft und Pullback-Motoren einfach weg müssen, hat man hier einen Pullback-Motor eingebaut. So, ein Pullback-Motor kommt von Gubricks, genauso wie die Steine von Gubricks kommen, genauso wie bei dem Steampunk-Bahnhof. Habt ihr hier das Problem, dass ihr wieder zwei Goldtöne habt. Ihr habt einmal dieses wunderschöne satinierte Gold und dann habt ihr bei den Technikelementen dieses Pearlgold. Das matcht zusammen eher so semi. Kommen wir zu den Sachen, die ich konstruktiv und vom Bauspaß her einwandfrei finde. Das sind die Side-Bilds. Das ist einmal diese wunderschöne Telefonzelle hier mit bedruckten Scheiben in diesem wunderschönen Karo-Muster. Dann haben wir hier dieses wunderschöne London-Cap. Das macht auch sehr viel Spaß zu bauen und es fährt sich auch schön und ist stabil und man kann hier Türen aufmachen. Schön gemacht. Wie sie hier den Kühlergrill mit dem Fensterrahmen gelöst haben, auch super süß. Dann haben wir hier so einen schönen Brunnen. Das Trans-Aqua ist jetzt nicht unbedingt meine Go-To-Farbe, aber der Brunnen macht Spaß zu bauen. Ist schön. Dann haben wir hier so ein bisschen Geländer. Einmal hier links herum gibt es so ein kleines Geländer. Auch das macht Spaß zu bauen. Die Baseplatte macht Spaß zu bauen. Und die erste Etage von diesem wunderschönen Uhrenturm macht auch noch Spaß zu bauen. Man könnte auch sagen, es ist Big Ben in Kitschig. Aber ich lasse das jetzt einfach mal. So. Ja, und dann baut ihr quasi so das erste Grundgerüst. Und ihr seht schon, oder bei näherem Betrachten werdet ihr feststellen, hier sind so ganz viele kleine Teilchen verbaut. So einmal zwei Gully-Deckel. Dann haben wir hier diese Gully-Deckel-Slopes, kann man sagen. Und die hängen halt hier immer so schön an Jumper-Bricks. Mal hängen die halt an zwei Noppen, mal hängen die nur an einer Noppe. Wenn die nur an einer Noppe hängen, dann könnt ihr die halt so schön verschieben. Das heißt, damit das Ganze hier irgendwie schon gerade aussieht, müsst ihr schon mal für Justierarbeit betreiben. Coole Elemente finde ich hier. Diese Herzen mit diesen Waffeln kombiniert oder Pizzastücken, wie man das nennen möchte. Ist auf jeden Fall eine schöne Ornamentik. Allgemein finde ich, hat man sich hier mit dem Detailgrad sehr viel Mühe gegeben. Ähnlich wie beim Bahnhof. Also Fantasy hat hier schon sich eine Menge bei gedacht. So, jetzt baut ihr halt eben dieses Pendel. Ihr seht schon, dieses Pendel, das schlägt gegen die Fassade. Und hier ist halt das Uhrwerk drin. Und ihr baut das halt immer so in Etappen. Und das Problem ist, dass damit so ein Uhrwerk funktioniert, muss das entkoppelt sein vom Äußeren. Und das ist es hier nicht. Also eigentlich müsste dieses Uhrwerk in einem aus Lift-Arm-Frames gebauten Konstrukt sitzen, damit die Zahnräder nicht so viel Reibung aneinander haben. Und das ist hier nicht der Fall. Dazu kommt dann halt noch dieses Pendel, was aufgrund seiner Länge und seiner konstruktiven Eigenarten und der Tatsache, dass man irgendwie vergessen hat, hier so ein bisschen Abstand zur Fassade zu lassen, einfach an der Fassade schleift. Das heißt, ihr habt noch mehr Widerstand. Und das führt halt dazu, dass ihr dieses wunderschöne Uhrwerk hier hinten aufziehen könnt. Ja, und das ist halt so leidlich funktioniert. Es gibt trotz alledem natürlich auch hier ein paar Teile-Highlights. Als erstes natürlich rausstechend ist die bedruckte Disc, die halt das Ziffernblatt der Uhr darstellt. Das gibt es hier an allen vier Enden. Dann natürlich die vielen Gold-Elemente. Das ist natürlich auch schön. Dann haben wir hier bedruckte Scheiben. Wobei man auch da sagen muss, die Qualität der Scheiben, habe ich schon mal besser gesehen. Ist nicht so ganz Trans-Clear. Ist manchmal so ein bisschen milchig. Gerade hier oben, diese 2x2 Round Bricks in Trans-Clear, ist ein milchiger Charakter. Könnte man quasi so ein bisschen notgedrungen eingekauft haben bei Xingbao. Es ist dann im Endeffekt leider wirklich so, dass halt eben dieses Uhrwerk nicht reibungsfrei genug funktioniert. Und damit halt eben die Funktionalität nicht so gegeben ist, wie man das erwarten würde. Meine Güte. Manchmal kommen die Worte aber auch wirklich ganz zäh aus mir raus. Dazu ist es dann so, es gibt diesen wunderschönen Schlüssel zum Aufziehen. Und dieser wunderschöne Schlüssel zum Aufziehen offenbart halt eben auch das Problem, dass man halt zwei Goldtöne hat und dann eben hier noch so ein Gelbton mit reinpackt. Weiß ich nicht. Den steckt man dann... Ich nehme das Autotön hier mal weg. Den steckt man dann hier so schön rein. Da wird das schon reingemacht. Muss man halt gucken, dass man hier so einmal reinfluchtet. Und dann kann man das halt hier aufziehen. Dieser Aufzugsmechanismus, und da kommen wir zu einem Bauabschnitt, der mich echt Nerven gekostet hat. Dass der so durchrattern kann, ne? Als dieses klassische wie bei einer Uhr. Das wird über zwei Gummibänder gelöst. Ich hoffe, ich finde das jetzt so schnell. Das heißt, auch da gibt es Verschleiß. Das heißt, das könnte irgendwann auch nicht mehr richtig funktionieren. Das muss man natürlich auch irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ihr seht auch, kurzer Einwurf hier noch, ihr seht auch, dass im Inneren dieses wunderschönen Uhrenturms sich halt auch noch so eine, ja, wie soll man das sagen, so eine, ich sag mal, so eine Unwucht bewegen soll, die aus Türen besteht. Das sorgt dafür, dass der Mechanismus nochmal komplexer wird und vielleicht dadurch noch weniger Chance hat, richtig zu funktionieren. Ihr seht auch, wie der jetzt ganz gut durchläuft, aber wie der immer wieder so hängen bleibt. Und je nachdem, wie man das hier so ein bisschen hin und her bewegt, bewegt sich der Mechanismus mal mehr und mal weniger gut. Also er bewegt sich schon. Man muss da halt beim Bauen, ne? Weil, ich mach das mal eben kurz so ein bisschen für euch ersichtlich, ihr baut da halt schon Technik, ne? Also da gehen schon ein paar Zahnräder rein in so ein Uhrwerk. Und das ist vielleicht auch nicht jedermanns Geschmack, muss man auch ganz klar sagen. Und wenn man dann an dem Punkt angekommen ist, wo man halt eben diese Gummibänder einsetzen muss und ich suche diesen Punkt gerade. Ja, ich hab ihn hier gefunden. Und da sind Gummibänder bei, ne? Beziehungsweise ist das ein Gummiband, ne? Na ja, gut. Genau, es ist ein Gummiband und das müsst ihr doppelt wickeln. Ja, und dieses Gummiband doppelt zu wickeln und das dann da drum zu kriegen, das hat mich echt Nerven gekostet. Wirklich Nerven. Ich glaube, ich hab da eine halbe Stunde dran gesessen, bis das so war, dass das genau die richtige Spannung hatte, dass sich das immer wieder quasi zurückgezogen hat. und da bin ich ganz ehrlich, also, für mich fing bei diesem Set die Misere mit Bauabschnitt 7 an. Da ist der Bauspaß deutlich in den Keller gegangen, weil dieses Uhrwerk, es gibt da so ein paar Punkte, da müsst ihr darauf achten, dass die Zahnräder richtig zueinander stehen, mal erklärt das die Anleitung, mal erklärt das die Anleitung nicht. Dann müsst ihr halt eben diese Zahnräder mit genug Spiel einsetzen, damit die sich halt nicht blockieren. Es ist nicht so, das war das Gelbe vom All. Meiner Meinung nach hätte man das durchaus reinnehmen können, ja, weil ich bin ja eine Zielgruppe für so ein Set. Ich liebe ja Klemmersteinfassade, also Systemsteinfassade und Technik Innenleben, möglichst komplexes Technik Innenleben und ich krieg hier wirklich Gefühle, ja, aber im Endeffekt hat man halt einfach vergessen, das Ganze so zu bauen, dass es halt eben möglichst spannungsfrei ineinander verzahnt ist und das ist für ein U-Werk sehr wichtig, tatsächlich, Präzision. Deswegen sind die Schweizer da so gut drin. Ja, schade, ne? Wirklich schade. Hat mich wirklich so ein bisschen ernüchtert, würde ich jetzt mal sagen. Nichtsdestotrotz, kommen wir mal zum Fazit. Also, ihr bekommt für 100, sagen wir mal 110 Euro, bekommt ihr 2460 Rubriksteine. Ihr bekommt viel Gold, ihr bekommt tolle Prints, ja, also dieses Ziffernblatt, Bombe. Die Telefonschildchen hier, ne, hier einmal zwei Teils bedruckt als Telefonhäuschen. Sehr schön. Ihr bekommt schöne Sidebuilds, ihr bekommt eine gute Baseplate und ihr bekommt ein Set, dessen Bauspaß ab Bauabschnitt 7 runtergeht. Wenn es dann aber da steht und das Uhrwerk so halbwegs funktioniert, also mehr tut es ja bei mir auch nicht, wenn man ehrlich ist, wo man das Ganze aufziehen kann und diese Uhr sich dann bewegt und so, dann hat man damit schon Spaß. Also, ich habe hier schon ein paar Mal gesessen und das Ganze aufgezogen. Klar, es wäre schön, wenn es richtig funktionieren würde und wenn das Pendel zum Beispiel auch immer mitgehen würde und es bleibt ja auch öfter mal einfach so auf halber Strecke hängen, wenn man das dann wieder anschiebt, dann geht es wieder. Das wäre alles cool, wenn das wirklich so wäre. Ist es leider nicht, dafür sind hier zu viele konstruktive Ungereimtheiten drin. Aber ihr bekommt für das Geld auf jeden Fall eine Menge Gegenwert. Ihr bekommt eine schöne Verpackung, ihr bekommt eine brauchbare Anleitung, sage ich in diesem Fall mal. Ihr bekommt einen tollen pinken Teile-Trenner. Ihr bekommt auch was, was im Regal gut aussieht. Ihr braucht halt ein Regal mit einer gewissen Stellhöhe, sonst habt ihr ein Problem. Denn das gute Stück ist, was sagt Pantasy hier? Sagt Pantasy überhaupt was? Guck mal, da ist übrigens die Railway Station. Pantasy sagt, dieses gute Stück ist 57,5 Zentimeter hoch. Also ihr bekommt halt echt ein monumentales Werk. Und es hat ja sogar eine Funktion, die ist natürlich jetzt nicht so prall, aber hey. Übrigens, was ihr auf keinen Fall machen solltet, was in der Anleitung so ein bisschen erwähnt ist, dass man guckt, dass die Ziffernblätter genau gleich stehen, weil ihr könnt natürlich die Zeiger einfach von allen vier Seiten so ausrichten, dass das einigermaßen gleich aussieht. Da müsst ihr euch jetzt nicht irgendwie großartig damit aufhalten, dass das ja auf jeden Fall beim Bau, dass die ganzen Zahnen, also die ganzen Achsen immer im gleichen Winkel zueinander sind. Ansonsten habe ich wenig dazu zu sagen. Es ist leider ein Set, das die Erwartungen nicht erfüllt. Punkt. Kenne ich von Pantasy anders. Auch hier wieder mein Einschub. Es ist ein sehr großes Set, es ist ein sehr umfangreiches Set, es hat viele Details, es ist sehr liebevoll umgesetzt, aber das hätte Pantasy auch mit 1000 Teilen weniger machen können. Und es hätte wahrscheinlich dem Set gut gestanden, denn ihr hättet wahrscheinlich viel weniger nervige Frickelfassade bauen müssen, weil man das dann einfach einen Maßstab kleiner gemacht hätte. Und dann hätte man das Uhrwerk mit kleineren Zahnrädern umgesetzt und hätte das vielleicht eventuell unter Umständen auch einfach ein bisschen anders bauen können. So ist es halt. so ein bisschen eine vertane Chance. Wie gesagt, wir haben einen auf hohem Niveau, es ist immer noch ein schönes Set, es macht immer noch die meiste Zeit Spaß zu bauen und ihr bekommt im Endeffekt was, was im Regal gut aussieht. Das sind alles Punkte, die erfülllichste Set, aber von Pantasy bin ich halt mehr Durchdachtheit, mehr konzeptionelle Raffinesse gewohnt. Fehlt hier so ein bisschen. Ansonsten hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat, ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen, ich würde mich über ein Abonnement sehr freuen und wir sehen uns im nächsten Video wieder und dann vergleiche ich beide Sets miteinander und gebt eine kleine Empfehlung aus, welches Set ich an eurer Stelle eher kaufen würde, weil, da sind wir uns einig, Geld hat aktuell keiner zu verschenken. Bis dahin, wie immer, baut was Schönes, bleibt gesund, habt eine gute Zeit, bis dann, euer Käpt'n.